Am Sonntag fand zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft des BDS-Baldmannsweiler die Schurwald Classic in der Ortsmitte von Hohengern statt. Über 500 Fahrzeuge säumten die Hauptstraße, diese wurde am Veranstaltungstag komplett gesperrt und zur Oldheimer Meile erklärt. Die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände erfolgte über den dritten Kreisverkehr am Beutzplatz. Hier wurden die ankommenden Fahrzeuge begrüßt und durchfuhren das Sponsorentor. Ein Moderator erzählte Interessantes zu den jeweiligen Fahrzeugen. PKWs und Zweiräder wurden entlang der Hauptstraße zur Präsentation aufgestellt. Viele Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen und schauten sich bei schönem Wetter die einzelnen Schmuckstücke an. Für das leibliche Wohl sorgte die Freiwillige Feuerwehr Hohengern mit Schnitzelbrötchen und Rote vom Grill. Kaffee und Eis bot das Kaffee Rosenrot an. Verschiedene Leckereien kamen von der Firma Pandoro. ich dr muchísige Mark 2-Gruppe aus idag e au why? Durchs nächste Đây wurde eine Tonn Programm.. Komm Straß-Gruppe aufgestellt. Untertitelkreis Henri-Gruppe Kamen sondern heiße eine Mitarbeiter, quickzuver Gebäun��니다. Shop Word sequencing? Vielen Dank.